Musik Der Claim des aktuellen Messeauftritts lautet ja Ihr großes Plus. Was darf der Kunde bzw. der Messebesucher unter Ihr großes Plus verstehen? Also das große Plus, das Sie hier überall finden, signalisiert die Vorteile und Nutzen für unsere Kunden. Gleichzeitig auf der Messe ist es ein Indiz, überall wo Sie ein Plus finden, finden Sie ein Mehr an Informationen. Zusammenfassend kann man sagen, die EU bietet intelligente Systemlösungen. Mehr aus einer Hand, also vom Fenster über die Großfläche zur Türe. Mehr Vorteile und Argumente und auch die eine oder andere Neuheit, die mit einem Mehr gekennzeichnet ist. Unser Drehkipp-Zentralverschluss ist einsetzbar im Holzbereich, im Aluminiumbereich und auch im Kunststoffbereich. Was können wir abdecken? Wir können die ganz normalen rechtegigen Fenster, wie Sie sie kennen, abdecken. Wir können Schrägfenster abdecken und auch Rundbogenfenster mit unserem Drehkippbeschlag abdecken. Als Highlight, ganz neues Produkt heute für Sie hier, haben wir unseren neuen Türschnepper. Wie Sie sehen, ist der in der Höhe verstellbar, lässt sich selber einstellen. Zusätzlich können wir die Schließkraft bzw. die Zuhaltekraft einstellen und unser Gegenstück ist aus Kunststoff somit wartungsfrei. Sie sehen jetzt hier ein unserer neuen Produkte, das Segway Automatik mit der absenkbaren Bodendichtung. Absenkbare Bodendichtungen sind am Markt zwar bekannt, allerdings haben wir uns die Aufgabe gestellt, die Funktion der Bodendichtung in dem Bereich zu optimieren, dass auf dem Boden keine Schleifspuren sichtbar sind, auch nach langer und hoher Nutzungsdauer. Die Bodendichtungen, die senken sich und heben sich, wenn ich die Türe öffne, aber momentan gibt es kein Produkt am Markt, das sich hebt, solange die Türe noch geschlossen ist. Das bewerkstelligen wir durch entweder Betätigen am Griff oder durch die Betätigung am Schlüssel oder auch motorisch über unseren A-Öffner. Durch die Bodendichtung hat der Kunde den Vorteil, dass er einen guten Wärmeschutz hat. Er hat eine sehr gute Schallisolierung und in der Kombination mit einem anderen, neuen Produkt von uns mit dem neuen TE-Modul, kann der Kunde sogar die Dichtung komplett oben lassen. Wenn das Schloss geöffnet ist, die Türe geöffnet ist für eine durchgehende Begehung, bleibt die Dichtung auch in ihrer zurückgezogenen Stellung. Somit ist das ein optimaler Wert für den Kunden. Hier sehen wir die barrierefreie Schwelle vom Außenbereich zum Innenbereich mit niveaugleichem Übergang. Wir bieten die barrierefreie Schwelle in der Vorkonfektionierung an für alle Profile in Holz und Kunststoff. Mit unserem Hebe-Schiebe-Programm können wir Flügelgewichte bis zu 600 Kilo erreichen. Dies realisieren wir mit unserem Standortgetriebe, unserem Laufwagen und, ganz wichtig, der Lift-Unit. Mit dieser Lift-Unit lassen sich die Kräfte um 50% reduzieren gegenüber der normalen Betätigung. Das Besondere, was wir dieses Jahr zusätzlich ausstellen, ist die P2301. Die Führungsteile rechts und links und auch in der Mitte bestehen aus hochwertigem, massiven Edelstahl, das formschön ans Holz angebracht werden kann. Kretsch-Unitas ist hier der einzige Anbieter am Markt, der die oberen Führungsteile in echtem Edelstahl geschliffen anbietet. Was würden Sie sagen, wie bewerten Sie den Messeverlauf? Also wir sind sehr zufrieden. Man merkt, das ist die erste Fensterbau seit 2008 und die erste normale zur normalen Zeit. Die Leute hatten Lust auf Gespräche. Wir haben super viele anregende Diskussionen gehabt. Also wir sind top zufrieden und ich hoffe unsere Kunden auch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020